Der kann gleich geschickt werden. So, du musst jetzt den da neu aktivieren, ohne das Schiff umzukippen. Restore im Fliegen. Danke. Dann müsstest du das da noch aufmachen. Den Goo-Junk zu packen bekommen. Hier ran. Restore den Goo-Junk. Observe Goo. Schicken mit Data. Frick, Kram hier. Unbedingt Leiter anbauen und das nächste. Restore. Ja. Observe Teary Bay. Ja. Die ich auch noch senden. Transmit. Und Restore. Hatten wir noch was? Gas und Dinge, das kann neu gemacht werden. Ich glaub, das war's. Dann jetzt noch wieder rein. Was? Bord. Bord. Okay. So, schicken was du hast. Achso, wir haben keinen Strom mehr. Wop, 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 wop. Vor allem den Keks. So. Schicken mit was du hast. Und auch wenn diese Stangen da putzig aussehen im 3er und 4er Pack, sollten wir die Ausklappohren das nächste Mal mitnehmen, damit mehr auf einmal gesendet werden kann. So. Ist alles los? Done. Okay. Okay. Ja. Das heißt, wir müssen doch nochmal das Ding gesetten. Aber das kann ich auch eventuell von der Leiter da oben. Mystery Goo. Das bleibt jetzt drin. Atmospheric bleibt jetzt drin. Temperature bleibt jetzt drin. Aber wir haben den Düdel gar nicht drauf. Die Kiste zum reinstopfen. Ja, ist trotzdem okay. So, und du was? Kannst du das von hier aus? Nein. Die ist da. Die ist da. Keep. Close. Und Collect, weil ich dem Ding nicht trau. Beim Abstürzen. Später. Das kann auch close. Wobei. Stopp. Open. Open. Für den Wegflug. Während wir wegfliegen, sind wir ja nochmal über anderen Biomen und anderen Höhen um den Miss rum. Da hätte ich auch ganz gerne das hier Collected, damit wir auch nochmal das nutzen können. Close Doors. Blob. Das alles Storm. Surface Sample. Haben wir von hier schon, ne? Nee, kann auch mit rein. Das war jetzt Minimus Lowland. Und, äh, du hast einen fast vollen Tank. Geh mal hier raus. Lass los. Und dann gucke ich mal, ob wir ganz kurz da hinkommen. Dann sind wir vielleicht Minimus Highlands. Mal schauen. Also Jetpack raus. Und go. So. Nicht, nicht den Orbit verlassen, bitte. Minimus Lowlands. Oh, du bist schon sehr klein. Da hinten ist irgendwelcher Schrott. Achso, hier konnte ich jetzt walken, ne? Mit. Alt. Muss nur aufpassen, weil ich auch so schnell wieder runterfall, ne? Ich glaube, ich kann so echt einen Orbit herstellen. Also einen stabilen Orbit, um Minimus mit einem Jetpack. Ich fliege einfach einmal um Minimus rum, dann komme ich auch wieder bei meinem Lüdel an. Ne, zählt nicht als Highland, leider. Ich gehe nochmal ein Stück weiter. Habe hier noch Sprit. Ich muss auch denken, ich muss das ausgleichen, ne? Bevor ich... Oh, Midlands. Speichern. Einmal... Wo ist meine Heimat? Da. Ja, das braucht viel Sprit. Oh, äh, äh. Fallen, bitte. Einmal fallen, bitte. Ich rutsche noch ein kleines bisschen nach hinten, aber das ist okay. Okay. Was machst du mit deinen Armen da? Wockel, 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 wockel. Ich bin fast versucht, Schub nach unten zu geben, um das zu beschleunigen. Aber ne, das muss nicht sein. So, gehen wir aus dem Warp raus. So, wir haben noch 32 Sachen drauf. Das müsste ich ausgleichen, bevor wir aufklatschen. Oh, das geht schnell. Da ist ein Schatten. Das ist wie eine Raumschiff-Landung, ne? Den Fallschirm hinten dran finde ich putzig. Willst du nicht sterben? Danke. Warum hab ich noch so viel Geschwindigkeit drauf? Ach so. Surface Geschwindigkeit, okay. Plump. Nicht mal umgekippt. Muaah. Bombe. Surface Sample. 150. Keep. Und warum hast du kein EVA-Report? Das wollte ich schon eine Hast. Jeder macht trotzdem einen hier, bitte. So. Wobei ich hab eben gerade im Flug schon einen gemacht, ne? Ja. So. Du. Bitte. Jetpack. Warum machst du nix? Ach so. Die Richtung. Und nach oben muss ich jetzt gar nicht so viel Fahrt aufnehmen, weil wir den Hügel quasi runterfliegen. Zwölf Kilometer. Wow. Also auf dem Mund wäre das echt sehr praktisch gewesen für Bob. So. So. Ähm. Vorwärts zu kommen. Fear Speed. Bist du ein Glitch oder bist du dein Gegenstand? Du bist ein Glitch oder? Ja. 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 Da ist eine Platte die im... Area 51. Das sah echt so aus wie ein Geheimereingang. Aber ich denke nicht, dass es solche Art von E-Stacks geben wird. Ist das schon unsere coole da? Ja. Ja. Ein kleinen Ticken noch hoch und dagegen steuern. Sieht so nah aus. Hi. Ein kleines Ding. So, ich sollte vielleicht den Wob mal ausmachen. So, wie ich es besser steuern kann. Und loslassen. Knuff. Oh, ja, da müssen wir erstmal umgefallen. Das ist okay. Nee. Ja, man wird schnell faul. Aber es ist auch das Letzte an... Oh. Das Letzte an Propellent. Und ich habe elf Sachen drauf. Aber mit 0,08 soll ich das ein bisschen... Da trifft das Ding auch noch. Okay, Gegenschub. Jetzt. Uff. Au. Da ist jemand kumpelig. Und... Und... Tor. Ja. Wir haben hier einen Spaß hier auf Minimis. So. Kommen wir jetzt mit dem 0,01 da auch ordentlich wieder rein? Wahrscheinlich nicht. Da muss er einfach einen Präzisionsspung machen. Ja, das war mein letzter Treibstoff. Punkt. Okay. Ähm... Nom, 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 nom. Mit Anlauf. Seriously. Facebomb. Also, ein bisschen mehr Abstand von dem Ding. Sagen wir mal... So. Bisschen hauter. Können wir keine Meteranzahl anzeigen lassen. Von hier bis da hinten. Egal. Boing. Das reicht nicht. Ach, der merkt sich wirklich, wie stark ich weh drücke. Ich dachte, er nimmt einfach nur die Bewegung vorwärts und macht von da aus dann einen Satz. Ist jetzt auch zu viel gewesen, oder? Ja, hüpfeln wir drüber. Und ich kann nicht im Fluggegensteuer, weil ich hab halt keine, als er ist. Ich kann das einknicken lassen. Nein, 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 nein. Ich riskiere es nix, nur weil ich zu faul bin, das Ding auch nicht zu treffen. Hopp, 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 hopp. Ich glaube, ich hab da oben drauf. Schon mal App-Spam. Ja, hopp. Ha! Präzision. So, sehr schön. Haben wir irgendwas Neues zum Schicken? Review Store Data. So, das könnten wir schicken. Von den Midlands, da müsste ich da aber auch wieder hintappern. Ne, die behalte ich. Da bin ich zuversichtigt, dass ich es schaffe. So, Material Study muss behalten werden. Mystery Go muss behalten werden. Surface Sample muss behalten werden. E-V-A-Report über Midlands. Kann gesendet werden. Und nochmal. Goo würde bringen. Nochmal 33 Punkte. Komm mit. Joa. Und jetzt geh ich mal zum Space Center zurück und schau, ob wir da irgendwas Neues, Auftragsartiges haben. Was Midlands mit drin hat. Rescue, 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 rescue. Ja, ne. Ne. Nur die lasse ich alle so. Das heißt, nächstes Ziel ist es einfach nur nach Hause zu kommen. Und sobald wir das durch haben, kriegen wir bestimmt die erste Duna Mission. Ha, 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 ha. Ha, sehr schön. Äh, geh mal. Hier, Forschung. Ja, so Advanced Fuel ist der große orangenen Tank. ist gekauft. Nuclear Propulsion, das ist super, um aus dem Orbit woanders hinzukommen. Das hat ein ISP von 800 im Vakuum. Kostet allerdings auch 300. Ist gekauft. Dann hätten wir hier noch mehr Protektive Shield und Dokutron. Ja, die sollten wir jetzt eigentlich immer an jede Rakete ranbauen. Eigentlich. Advanced. Und waren es. Achso, dafür habe ich gar keine Punkte mehr. Ja. Und es kommt mir immer so verdammt viel vor. Aber die kosten ja auch wesentlich mehr jetzt hier hinten lang. Die kosten schon 550. 1000. Ha. Also ja. Alles mit immer an Punkten, was geht. Dann wollte ich auch noch... Nö. Wollte ich dem Geld baden erst mal eine Weile und dann gucken wir weiter. Ähm. Ja, so keine neue Mission. Dann zurück zum unseren Minmis Lander. Der würde jetzt gerne nach Hause. Irgendwie. Ist egal, wie ich starte, ne? Mach jetzt mit einem Umlaufbahn um ihn. Genau. Fly. So. Ähm. Licht ist aus. Das ist gut. Ich starte einfach und kippe nach da. Und werde dann versuchen, eine ganz tiefe Umlaufbahn herzustellen. Das war die falsche Richtung. Okay. Damit wir noch ein paar Sachen hier wenden können. Und da kommt was. Absis von 10.000 vielleicht. Da sollte ich nirgendwo gegenditchen. So, da wollen wir gerne hoch. Darf ich wieder nicht? Pah. Pah, sag ich. Achso, ich kann keine Scans machen, weil wir keinen so ein Ding dabei haben. Ja, da drin habe ich es auch nicht versteckt. Nee. Wir haben also so viele Experimente schon drin. Das ist ein bisschen doof. Ja, aber ich kann ruhig noch einen Ticken höher. Mal mehr Schuhe. usehen. Mal mehr Schuhe. Nier. Okay. Stopp. Oh, great. Piriabs zähl ich auch noch ganz gerne. Das ist wieder zu hoch, oder? Das fällt ja nicht runter. Das ist ja alles gut so. Also Nier, 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 Nier. Meine Sorge ist halt, dass die Apoapse schon Fahr ist. Und ich hätte ganz gerne erstmal alles in Nier und dann auch alles in Fahr. Nier, Nier, Nier. Nö, ist alles okay. So, dann war raus. So hin. Und wir hätten gerne von unserem Science Officer ein EVA-Report. Den bitte auch gleich schicken. So, Bord. Und dann gleich. Ne, warte. Das muss ich von der Hand. Review stored data. So, EVA-Report. Den bitte schicken. Den Rest behalten. Gut. Weiter. Mitle, 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 mitle. Aber kurz Highland. Sollte aber wieder kommen. Sollte aber wieder kommen. Und dann...